Süße Britney-Session, Anna-Maria-Damm singt für Eliana Die frischgebackene Mama Anna-Maria-Damm, 22, und ihr Töchterchen Eliana sind im Britenisch-PAs-Fieber. Während sich die deutschen Konzerthallen Anfang August mit begeisterten Fans des Weltstars füllen, gibt's für den kleinen Schatz der YouTuberin eine Kostprobe in den eigenen vier Wänden. In ihrer Instagram-Story teilte die 22-Jährige jetzt ein Koffer von Britney's Mega-Heit-Baby ohne Moritime und das gefällt Eliana so gut, dass sie wenn sie schon sprechen könnte mit Sicherheit sagen würde, Momü, ohne Moritime. Du ze Gods und der Buchst du der Buchst du zu Buchst du cómo Vielen Dank.